Moin! Herzlich Willkommen hier am Dienstag zur LS19 Ausgabe. Ich bin immer noch am Silageballen machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Gucken mal, ob das von Erfolg gekrönt ist. Irgendwie macht mir der Mähdrasch auf Feld 4 gerade Sorgen. Wo auch immer er gerade hinfährt. Gut, dass ich mal nachgucken gegangen bin. Wie weit ist er denn? 95%? Dann wollen wir mal hoffen, dass wir da noch 100% von machen. Nicht, dass das alles nachher für ein Popo war. Ja. 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 Erwendet! W... 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 Der Helfer hat einen vollen Kontakt, na dann fahre ich hier noch einmal eben das Teil voll. Und dann tanken wir den Drescher eben ab und hoffen, dass wir hiermit auch tatsächlich die Mission erfüllt kriegen. Und auch noch Geld für uns übrig behalten dabei. Wie viel kriege ich für die, wenn ich die erfüllt habe? 31.000, naja das ist ja schon ein bisschen was. 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 Das war's für heute. Das ist der Motto-Modul. Untertitelung des ZDF, 2020 So, kommt, weiter geht's hier. Da vorne ist noch Schwarz auf der Straße oder auf dem Weg. Und wieder auf dem Feld. Dann kommen wir ja gleich sogar noch zum Verkaufen. Und wieder auf dem Feld. Ja, ich weiß, dass ich keinen Zugang zu dem Land habe. Ich habe noch gar keinen Zugang zu dem Land. Ich muss nur noch den einen Ballen hier fertig machen. Und wieder auf dem Feld. 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 Ja, ich weiß. Und wieder auf dem Feld. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 in dieser Ausgabe notfalls überziehen wir. Da es ja hier um unser Geld geht, jeden Liter, den wir mehr einnehmen. Ja, ich sagte ja schon, wir überziehen so ein bisschen, so als Ausgleich dafür, dass es Samstag und Sonntag jeweils noch eine Ausgabe gab. Machen wir heute ein bisschen länger. Ich will also hier das Feld noch eben abschließen, was ich auch auf gar keinen Fall machen will. Ja, wobei ich will auf gar keinen Fall den Ballensammelwagen beladen irgendwo rumstehen lassen. Da hatte ich nämlich letztens und dann konnte ich das Spiel nicht mehr laden und ja, alles doof. Und das will ich auf gar keinen Fall, dass ich da nachher die ganze Frucht nicht mehr habe. Also die ganzen Silageballen, das wäre echt ärgerlich drum. Und das würde ich wiederholen. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt geht's hiermit weiter. Ja, und was ich gleich machen werde, ist, das hier bringe ich noch weg. Das will ich abschließen. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich hoffe echt inständig, dass ich wirklich meine 100% hier noch vollkriege. Alles andere wäre echt, echt ärmerlich. Das war's für heute. Ich habe euch jetzt echt lange daran gearbeitet. Das war ja auch nicht so schnell wieder, glaube ich. Das war's für heute. Ja, wie gesagt, wir überziehen ein wenig, schon 5 Minuten überzogen, ja, da hätte ich auch schon fast noch eine Zusatzfolge machen können. Ja, das war's für heute. 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 Ja, 1750, gerade mal ebenso noch. Ja, das war's für heute. die ganze zeit über raus gekommen egal was ich jetzt hier machen werde ist ich mache das jetzt nicht mehr weiter ich werde jetzt die ballen entladen und zwar an dieser stelle werde ich die entladen und das war's meine lieben freunde morgen geht es weiter morgen werde ich die wieder aufladen und werde die weg bringen aber ich lade die jetzt ab weil ich jetzt das spiel beende und speicher und letztens mache ich das problem nachdem ich dann wieder spielstand rein wollte und die auf dem ballenwagen waren konnte ich den spielstand nicht mehr laden das war ein multiplayer und dann musste ich den ballenwagen entfernen praktisch aus dem spielstand und damit waren aber auch die ballen natürlich weg die drauf waren und das möchte ich hier auf gar keinen fall riskieren und deshalb mache ich das jetzt so ich bedanke mich bei euch schaltet morgen wieder rein am mittwoch zur nächsten folge alles 19 ich sag mal tschüss und bis morgen